Haben nicht viel Zeit! Moin! Willkommen zurück zur nächsten Folge von Far Cry 4. Jo, wieder kleine Emissionen. Bomben entschärfen. Machen wir! Puh! Okay, machen wir. Ähm... Ich hole ein Stück weg. Kommt man da eventuell schneller hin? Ja, los! Oh, klar! Ja, in der letzten Folge hatten wir ein paar Stellvertreter von Yuma umgebracht. Wer will jetzt das so, ähm, wollte. Und ja, das... war... sehr, ähm, interessant und sehr intensiv, sag ich mal. Was immer alle Bomben entschärfen, ohne entdeckt zu werden. Warum mal hier bomben bei mir im Flughafen, den ich erst vergespielt habe? Das ist alles andere als gut. Das könnte so richtig problematisch werden. Ja, fuck! Oh, fuck! Der fällt sofort, dass ich da... Oh Gott, wo läuft der denn lang? Oh Gott, nein, 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 nicht flankieren! Das ist so schlecht! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh Gott! Oh, fuck! Oh, nein, 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 nein! Oh, fuck! Okay, Bomben entschärfen jetzt aber schnell hier. Oh Gott! Oh Gott! Was tut mir auf damit! Ich will sie entschärfen! Warum kann ich sie nicht entschärfen? Was zur... What the fuck! Oh, shit! Was? Verdammt, lass mich in Ruhe! Ich krieg sie nicht entschärft! Oh Gott! Ach komm, schieß mich weg, komm! Los! Halt mich! Halt mich hart! Okay, gut, das war... Nicht gut. Ähm, ich wusste... Man weiß immer nicht, wo die hinlaufen und ich bin so ungewöhnlich, um... die Bewegung irgendwie, ähm, abzuwarten, wie sie... sich... positionieren, um da eventuell taktisch vorgehen zu können. Und jetzt weiß ich ja Bescheid... Oh Gott! Ich lass sie erst mal nach... da laufen. Oh nein, 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 nein! Warum wollt ihr denn hier lang auf einmal? Habt ihr doch vorhin nicht gemacht! Und deshalb halt ein allerer Besoffen-Keks! Ich werde dich umbringen! Die Verstärkung! Ich muss schnell gehen! Ich muss da runter! Verdammte Sch... Jetzt! Das dauert doch viel zu lange, der Weg, oder? Das dauert doch viel zu lange, der Weg, oder? Der Weg dauert zu lange! Scheiße! Scheiße! Krauch schneller! Fuck! Ja, krauchte doch noch 100 Meter da rum! Irgendwann krieg ich dich noch nicht! Okay, das war's wohl! Ah! Ach komm halt dein Volk! Mann! Das ist aber auch... Die laufen immer unterschiedlich! Wie soll ich denn da agieren? Was ist das überhaupt? Wenn du mit 500 XP... Für dich hängt! Okay, Skill! Wenn ich nicht weiter aus halt das hier wieder mal! So, auf das Brett! Jetzt! Kann ich doch bestimmt was anderes anfangen, oder? In der Position aus! Ich laufe jetzt alle mal wieder auf der sich nach da! Ja! Genau beobachten! Da, den kann ich... Wenn ich die ausschalte, sehen die... Der mich! Mann! Das ist doch... Nicht normal! Kann ich hier auch noch markieren! Das ist die Suchfunktion der Kamera so lahmarschig ist! So! Lauft mal, lauft mal, lauft mal! Ja! Seh mich! Ey! Wird das nix! Erstmal komm her, mein Freund! Ja, genau! Genau! Wenn ich jetzt ausschalte, müsst ihr mich noch keiner sehen, oder? Solo-Mode! Jetzt stehen gerade alle mit Monaten zu mir! Scheiße! Ich bin unterwegs! Da! Er ist aus! Du bleibst verbrunnen! Ich sehe nichts! Oh mein Chase & Fidget spricht wieder rum! Holy Shit! Oh! Chase & Fidget! Äh... Wollte grad sagen, das ist jetzt gerade ein Gildenkampf oder so? Ey! Ich will diesen Weg nicht laufen! Er ist zu lang! Sonst brauchen wir ausschalten! Ah! Fuck! Alarm! Jetzt aber Highspeed hier, Alarm! Jetzt aber Highspeed hier, Alarm! Das müssen wir echt nicht verlieren! Darum ich hoch! Zack! Diffusor! Diffusor! Schiefe unterlockt! Nice! So, das mache ich euch hier schön aller platt, weil ihr denkt ihr könnt mich hier aller wie... mal hier nerven! Einfach mal dazu! Einfach mal dazu! Einfach mal... Einfach mal das Prinzip! Müsste ich gar nicht machen, aber ich tue es einfach mal, ich kann! Hallo! Warum ist jetzt die Kamera an? So! Einfach jetzt kann! Hier nach und nach! Einfach mal alles ausschalten, was mir auf den Sack geht! Und du da hinten auch! Wow! Das war Assi! Danke! Die Natur ist jetzt auf meiner Seite, ja? Tja! Könnt ihr mal sehen! Ich brech mir jetzt noch nen Bein! So, da fließt doch eigentlich alles gar nicht so schlecht, muss ich sagen! Das ging doch! So, ab zu Willis! Der Willis Willis Hart! Oh Gott! AJ, gutes Timing! Ich packe gerade! Das ist er! Mein letzter Job für dich! Du bist an der 10-Jahr-Linie! Steig ein! Mal gucken, wo wir dich jetzt nächstes Mal wieder sehen! Vielleicht in... Far Cry 5? Schmeiß sie nicht weg! Ich habe einen Eimer Kaffee getrunken, die werde ich noch brauchen! Oh Mann! Hö! Tja! Was er weg ist! Weil... Ich wollte den Typen! Ich wollte den schon mal Far Cry 3 wie gesagt! Will ich das drehen? Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen und die ist nicht schön! Dein Vater wollte deine Mutter töten, weil sie sich von allem abwenden wollte! Vom goldenen Pfad, Kürat, der Sache... Was? Fakt! Deine Mom war Hakuna Matata oder wie immer sie die kleinen Mädels nennen! Fakt! Deine Mom hat Tagan gespitzelt, obwohl sie den Typen mochte! Fakt! Dein Dad war Patriot und es gibt keinen Patrioten, der kein Hurensohn ist! Und was den Rest angeht... Noch einer von Jumas Stellvertretern muss weg! Erledige das! Das ist krass! Ach, schöne Bergmission! Das ist krass! Das ist krass! Ähm... Ach, Wingsuit! Okay, zack! Oh, es wird knapp, das wird knapp, das wird knapp! Bison? Brauch ich noch Bisons? Ähm, 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 ähm. Warum? Gibt das im Metall nicht auf? Komm, Yolo. Ich will das Vieh. Ich katze dich häuten. Das ist assi. Da ist einer. Ha! Okay. Gut, dann schnappen wir uns mal den Kollegen hier. Der steht vor dem zu patrouillieren. Gut, hat keiner mitbekommen. Ich muss den Typen looten, weil ich weiß nicht, ob die eventuell ähm, ähm, Heilspritzen dabei haben. Die brauche ich ganz dringend. Schlimm ist, ich kann auch nicht jeden abschnitzen, Alla. Oh, Alla hat er mir eben. Oh, Alla. Alter, wie stark die sind. Oh, boah, Schlitzel weg. Boah. Alter, ich flieg jetzt 100 Meter weg. Okay, so wird das nix. Also hier muss ich sogar mehr oder weniger schleichen, wenn ich mich besser umbringen soll. Oh, du. Ja. Scheißvieh, Alter. Oh, fuck. Wir suchen nach Gespenstern. Wir suchen nach Gespenstern. Okay, wir sind jetzt da. Aber es ist doch kein Alarm. Heißt, ich kann sie doch alle schön abbessern. Was willst du klappen? Was willst du klappen? So, ich eine Scheibe Fleisch schmeiße. Loll, ein Bär. Los, Bär, mach sie platt. Loll. Das lächelt euch zu zerfetzt, welcher Bär. Ja, das Kotlet, Alla. Uh, Wolfi. Okay. Alter, sind da viele. Also wenn ich da jetzt irgendwo gerade dann schmeiße. So. Ist ich denn da ein Agro? Hinter Bär verstecken. Die haben alle Schutzwestern. Die brauchen viel Kugeln, ey. Die brauchen richtig viel Kugeln. Und. Ja, es könnte diesmal was werden. Diesmal könnte ich was werden. werden. Oh ja, das wird was. Das wird so hart, was? Da fuck! Nein, nein, nein! Nix ist aller. Gut. Komm. Ich brauch die Heilung. Ich muss hier irgendwas looten. Ich brauch ganz dritt irgendwas hier, was mir irgendwie weiterbringt. Da oben, oder? Ich muss hier irgendwas finden. Da oben wieder. Ich muss irgendwie Halsspritzen finden oder so. Wenn ich entdeckt werde oder so, dann muss ich irgendwie versuchen, mich zu verteidigen. Und dann werde ich bestimmt ein paar Gugler einstecken müssen. Und da brauch ich ganz dritt Heilung. Ist hier bald Schicht im Schacht. Aber es war ja relativ schleichend gewesen hier. Was hab ich hier noch? Auch wie da oben bestimmt war. Ne Blocke. Oh mein Geld. So. Du wirst doch gebrauchen. Dich kann man gebrauchen, Bär. So. Wo ist die Sau? Fuck! Scheiße. Wo war der Pär? Und da wo ist die Sau? Boah! Und da oben. Aber, um zu einem Gap. Ich bin fast weggeißt. Und hinter den Eiern hier raus. Ach, Mann! Hände ich gut! Hände ich gut. So, das müssen die Letzten sein, einer von dem muss noch nicht der Stellvertreter sein. Hey, look the scheiße! Okay. Das kann ich vorhin ausschalten. Jetzt ist die Möglichkeit da. So. Puh! Wunderbar. Und schon genießt den Abstieg. Oh ja. Das werde ich. Oh je. Lol. Ach du Scheiße. Gegner gesichert. Puh! Alter. Immer so einen Scheiß hier. Oh ich bin da auf einmal gefühlt welche Viecher an. Hehe. Boah. Alter ist das geil. Das sind die Momente wo ich Farcraper mal liebe. Das ist so geil. das ist geil jetzt die VR Brülle aufhaben mal das wäre so episch ich glaube eine normale 3D Brülle würde auch schon reichen dass es fantastisch aussehen wurde aber ich glaube Parkway 4 war sogar 3D ich mich erinnere damals oh ich muss etwas tiefer fliegen Alter ist das Atmosphäre Leute ist das Atmosphäre ey das ist so gut ich finde es ein Hammer sooo da ist man zu blöden Fallschirm zu öffnen hey tun wir das noch einmal es gibt nicht die Part auch stirbt Golder Pfad ja das war das ist so richtig Endzeitfest ist übelst gut also hat schon Laune hier rumzufliegen ey mein Gott hab ich das Gefühl dass ich grad falle oder so ich fliege eher höher oder so ja du kennst den Wingsu äh Wingsu wieder so meine Pläne dass er halt steigt ähm sinkt oder halt ja ja das ist ein sinkflug jetzt schön oben halten und den Fallschirm öffnen und Haltschirm Impfer hat gelandet 100 Punkte Perfekt geht doch Moin ist das Ziel eliminiert ja hab ihn erledigt nehmen wir uns jetzt Juma vor steig ein Juma persönlich betrachte diese Info als letzten Gehaltscheck du hast die ganze Zeit über CIA Agenten getötet wir räumen auf Pagan stellt keine klare und akute Bedrohung mehr für Amerika dar deshalb mussten wir unsere Spuren hier verwischt du hast einen verdammt guten Job gemacht das aber alles was sie sagten gelogen was ich über deine Eltern gesagt habe das war die Wahrheit was ich dir über Juma sagte frag sie einfach selbst was haben sie denn vormann sorry kleiner aber wie gesagt jeder Patriot den ich kenne ist ein Hurensohn doch vor alter das ist bitter wurde sie bei gerade verraten von auf dem Ort erst mal einen Schluck Alter ist ja er hat noch den Sack auf dem Kopf und keine Atmen hast du wenigstens Löcher reingemacht damit er nicht erstickt hallo haben wir unsere Zeit mit der CIA genossen willkommen in Durkisch ich entschuldige mich für die spartanische Unterbringung aber du warst ein undankbarer Scheißkerl oder hast mit dem goldenen Fato gemacht und der arme Paul ist du noch sauer wegen dem was er mit deinem Äffchen gemacht hat wie hieß er noch Dampfhörn Darmkamm Dummschwang oh Jigna tut mir leid dass du warten musst aber ich will ihm den Einstieg erleichtern Juma du willst dem Burschen das Gehirn fegen vielleicht etwas Zucker auf deinem Shit Sandwich bin interessiert du hast ihn gesehen er atmet noch und jetzt verschwinde ich hab zu tun fein 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 aber ich will ihn lebend mit allem was zählt noch im Takt noch eine Sache nun AJ ich weiß das wird schwer aber stell's dir eins harten Sex vor Knatzt Sex immerhin hast du eine Suite mit einer spektakulären Aussicht und äh als allerletzten Rat noch ich würd nicht zu nah an der Kante schlafen die wie du willst wie du willst wutdafuck auf den Boden warum auf den Boden sagte ich ich liege da schon was machst du was ist das oh feier ist das ein Wendepunkt ich dachte Willis ist eine Sidequest ist das keine Sidequest lol oh god ich hab erstmal übelst gefoltert bestimmt war der das doch Mann zieh dir was an aah die Tür ist ein welches Scheißrinnen gescha mantle da warum sticht mal jemand welche Drogen die ganze Zeit兒 im Spiel ein Falltraum hier fallen sehr viele Menschen die meisten wachen nicht mehr auf was liegt an diesem Ohr rum Er schwächt Menschen. Ja und, ähm, weiter. Ich hab gehört, einige Familien sind so hungrig, dass sie ihre Verstorbenen essen müssen. Ah. Wenn ich eine Spinne wäre, dann kann ich abseilen. Ah. Aber ich kann keine Spinne sein, weil sie schon eine ist. Oh. Oh, was ist das? Okay. Dann könnte ich runterklettern. Dann könnte ich runterklettern. Ah, da war auf sie an, umzuschlitzen, du Fohle, ey. Oh, da, 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 da. Ich muss nur den selten Tag auftreten, wenn ich mit runterklettern kann. Dämonen an den Gängen vorbeischleichen können. Oh, fuck! Hallo? Das Volk, das diese Stadt in den Fels baute, war stark. Die Anhänger von Kalilaken. Das war eine große Zivilisation. Nicht der nicht heranlichen Wagen, der ist ein Kürat. Was? Ach, die Fieße wieder. Ist das ein Messer? Das sind dieselben Dämonen, die ich auch hatte bei dieser Illusion, die ich Teppich-Teile gefunden hatte. Nur diesmal bin ich Tatsache, ich glaube, ich und ich jetzt so ein anderer Typ. Okay. Die Leute gut. Wurde ich jetzt gehört? Ich hoffe nicht. Wurde ich nicht hinter mir gucken. Da ist was. Jetzt kann ich die nehmen, Alter. Woll. Achso, ich muss einen Kletterhack zusammenbauen. Heißt, kann ich das nicht jetzt auch für nehmen. Schade. Sondern das da hinten wohl. Hallo? Weil da ein Schleich-Akt hier, und ich überziehe schon ohne Ende die Mission hier. Fuck. Oh Gott. Jetzt kann ich das nicht bei mir. Oh Gott, ich höre Schritte aus allen Richtungen, äh, auf den Ohren. Oh Gott. Ist das ein Tens? Was ist das denn? So. Gut, damit würde ich sagen, benden wir den Part erst mal. Bleibt dran, wenn es wie heißt Far Cry 4. Mit ihm auch den Tankmaster. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh. Tschüss. Boah.